Verteilst du gerade braune Bonbons im Candyland? Ich habe mir gestern mit einem Brotmesser ins Fleisch geschnitten. Auf der Sauerhitz-Ski-Packung befindet sich ein abgebildetes Kaubonbon, welches durchgebrochen ist. Die Überschrift lautet sauer. Ich verblute, ahahaha. Guten Tag, wir sind die Dere-Muslim-Sauf-Pölgern, Herr Umark, wir wollen euch Ihnen wansch erfolgen. Hallo, ich bin eine Dose 28 Schwarz-Sauere Kirsche. Oh, ich verbrote. Ich brauche Magnesium-Tabletten, bitte. Einen Wunsch soll in ihr folgen. Da ist er. Mahahahaha. Ich nehme die mir jetzt, weil ich die jetzt brauche. Fidget-Spinner-Attacke. Aber dann werden wir alle sterben, mein Freund. Jetzt reicht es mir aber vollkommen. Gymnastik-Ball-M-L-Ski. I am the only who gets respect. Wenn ich kacke, möchte ich bei schönem Kerzenlicht sitzen. Ich brauche sie. Bis zum nächsten Mal.